Dieses Finale, die Schießen zu eröffnen, Tim Olazina für Zurko. Auf geht's jetzt. Dimitriev, Dimitriev scheitert. Die Bewegung da nicht wird gemacht. Dave Spina, Spina mit der Rückkehr. Jawohl, Bobby. Und Bobby Gömpfert, hier scheiterte er Gömpfert. Daniel Kreuzer ist der zweite für die DEG. Ah, Fick. Erich Perrin ist der zweite Schütze für Turku. Jawohl. Rob Collins ist der dritte für Düsseldorf. Und Carlin... Oh, Mann. Mit dem Schuss durch die Beine. Tommy Calio, der Kapitän von Turku und Calio. Vorbei. Vorbei reicht aus, um den Punkt da vorbeizulegen. Jetzt Norman Willi. Och, Mensch, das gibt es nicht. Jawohl, Bobby. Jawohl. Und jetzt muss Gömpfert noch ein Ding rausfischen. Und dann wird es verbracht. Klasse Schuss. Wird im Handgeleg abgezogen. Ganz platziert. Und jetzt kommt es auf Gömpfert an. Gegen Wäther. Jawohl, Bobby. Jawohl. Yes. Düsseldorf gewinnt. Nach Finale geschießen mit 2 zu 1. Und qualifiziert sich damit für die K.O. Runde, für das 16. Finale in der Champions Hockey League. Noch mal der Blick auf die entscheidende Verrate von Kömpfens. Und damit... Untertitelung.